Stimmt bei Ihnen die Stimme? Bei mir jedenfalls ja. Und ich bin wirklich froh darüber. Denn ich bin nun seit vier Jahrzehnten als Geschäftsmann unterwegs und musste in dieser Zeit schon so manche Verhandlungen führen. Und wissen Sie, welches Instrument mir am meisten dabei geholfen hat, meine Vorstellungen durchzusetzen, meine Stimme, meine Aussprache. Gerade dann, wenn die Gesprächssituation unangenehm ist oder wird, kommt es auf eine souveräne, gelassene und selbstsichere Stimme an. Damit können Sie jeder noch so verfahrenen Lage sofort die Schärfe nehmen. Außerdem bringen Sie Ihren Gesprächspartnern auf Ihre eigene Seite. Sogar wenn er vorher ganz anderer Meinung war. Wollen Sie auch über so eine Wunderstimme verfügen? Dann lassen Sie sich helfen von meinem MP3-Kurs Sprechen wie ein TV-Profi. Entdecken Sie die fantastische Macht, die Sie allein mit Ihrer Stimme und Aussprache über Ihre Mitmenschen ausüben können. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher Machen Sie es gut, bleiben Sie gut, bleiben Sie stark, sind Sie stark, und Sie sind stark, dass Sie sich nicht mehrbahnen können.